Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute soll es um Mokritschs peinlichen Auftritt im ZDF Fernsehgarten gehen. Der ZDF Fernsehgarten mit Moderatorin Andrea Kiewel kommt eigentlich ohne Aufreger aus. Eigentlich, denn in der Sendung am Sonntagvormittag sorgte Comedian Luke Mokritsch für Aufsehen. Aber nicht mit guten Witzen oder einem peinlichen Fauxpas. Bei seinem Live-Auftritt nahm Luke Mokritsch das ältere Publikum der Show ins Visier. Gleich zu Beginn sagte er, woran erkennt man alte Menschen? Sie haben graue Haare, sind schrumpelig und riechen nach Kartoffeln. Der an Kalauern reiche Auftritt wurde von Buhrufen begleitet und schon nach 5 Minuten von den Machern der Sendung abgebrochen. Nach Mokritschs Auftritt empörte sich die ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel. Ich mache diese Sendung schon seit 19 Jahren. Das, was Luke Mokritsch da abgezogen hat, ist an Unkollegialität nicht zu überbieten. Schon während des Auftritts vermuteten einige Zuschauer, dass es sich bei Mokritsch auffällig schlechtem Auftritt um einen Stunt für eine andere TV-Sendung handeln könnte. Manche vermuteten etwa das Entertainer-Duo Joko und Klaas hinter der Aktion. In der Sendung meinte Kiewel, ich denke, er wollte gar nicht, dass wir wissen, was er vorhat. Dass es dann ein Künstler wagt, auf meiner Bühne vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen, halte ich für das mieseste Verhalten, das es unter Kollegen geben kann. Und weil wir im Festival-Modus sind, shame on you, Luke Mokritsch, never again. Hinter den Kulissen des ZDF-Fernsehgartens fiel Luke Mokritsch auf. Wie Bild berichtet, fiel schon vor der Sendung hinter den Kulissen auf, dass Mokritsch etwas im Schild führte. Ein Künstlermanager sagte der Zeitung, Luke hat sich hinter den Kulissen und vor dem Auftritt schon so verdächtig benommen. Er war ständig mit dem Telefon am Rumhantieren, lachte sich ein paar Mal halbtot. Es war klar, dass da irgendwas im Busch war. Der Kölner Comedian habe sich auffällig oft mit seinem Team besprochen. Da waren drei oder vier Leute um ihn rum, die bemüht locker waren, zitiert die Bild, den namentlich nicht genannten Manager. Die Mitarbeiter seien angespannt gewesen und hatten genau jeden Schritt von Mokritsch dokumentiert. Der Manager meint, das war eine geplante Verarsche für alle und jetzt profitiert halt er davon. That's Showbusiness. Carsten Walter, Sänger der Band Feuerherz, die ebenfalls in der Show auftrat, meinte gegenüber der Zeitung, Wir glauben, dass dahinter eine verlorene Wette steckt, denn hinter der Bühne war Luke ganz normal und freundlich. Er hatte auch sein eigenes Kamerateam dabei und hat Mitarbeiter der Sendung interviewt. Wahrscheinlich für seine eigene Show. Laut Bildinformationen war das Kamerateam des Comedians beim ZDF angemeldet. Offenbar für Dreharbeiten für Luke Mokritschs neue Sat.1-Show, The Great Night Show. Was Mokritsch im Fernsehgarten wohl vorhatte, dürften wir spätestens dann erfahren. Die neue Sendung des Comedian wird am 13. September zu sehen sein. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den Auftritt von Luke Mokritsch gesehen habt und wie ihr ihn fandet. Und schreibt eure Meinung dazu. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017